Wie bringe ich rüber, dass ich in einem Laden Streit will? Also was ich damit meinte ist, ich möchte, dass ich bei uns in der Sache intensiv und auch durchaus emotional auseinandergesetzt werde. Ich sage mal, das beste Bild, was mir einfällt, ist, dass Brabus manchmal ist wie so ein Gallierhaufen, wo sie sich alle prügeln und dann hast du so eine Wolke. Aber am Ende vertragen sie sich alle wieder und essen Wildschwein.